In diesem Tutorial erfährst du, wie du in Teamspeak Channel erstellen kannst. Hi, mein Name ist Niat. Um auf deinen Teamspeak-Server-Channel zu erstellen, ist es wichtig, Administrator zu sein. Hierzu gehe in das MC Host24 Web Interface und klicke auf Gruppen und Token. Erstelle hier einen Server-Admin und gebe deinen Teamspeak-Nutzernamen ein. Anschließend kopiere dir den Token und gebe ihn in Teamspeak unter Rechte-Berechtigungsschlüssel-Nutzen ein. Bist du nun Administrator, kannst du ganz einfach mit einem Rechtsklick in Teamspeak einen Channel erstellen. Gebe zunächst den Channel-Namen ein, wie zum Beispiel Minecraft-Channel. Nun lege noch ein Passwort fest, wenn du nicht möchtest, dass jeder den Channel betreten kann. Wenn jeder in den Channel darf, kannst du dieses Feld auch freilassen. Eine Beschreibung ist hier nicht nötig. Wichtig ist es noch, einen Channel-Typen festzulegen. Bitte beachte, damit der Channel nicht automatisch gelöscht wird, sobald sich niemand mehr in diesem aufhält, sollte bei Channel-Typ der Punkt permanent ausgewählt werden. Wenn du Music-Bots in den Channel haben möchtest, empfehle ich dir unter Audio die Bitrate des Channels hochzustellen. Dazu wähle den Codec Office Music aus und setze die Qualität auf 11,87 Kibibyte die Sekunde. Das hat den Vorteil, dass der Teamspeak-Server mehr Qualität dem Nutzer bereitstellt. So könnt ihr euch viel klarer verstehen und die Musik besser genießen. Unter dem Reiter Rechte kannst du noch die Rechte des Channels ändern. Das heißt, wenn nicht jeder den Channel betreten oder Dateien hochladen darf, ändere hier die Zahl von 0 auf eine beliebige Zahl. Die Zahl muss später in den Rechten der Gruppen zugeordnet werden. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir im nächsten Tutorial. Klicke nun auf OK und der Channel wurde erfolgreich erstellt. Nun kannst du den Channel mit einem Doppelklick betreten und ungestört mit deinen Freunden reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei weiteren Fragen steht dir der MC Host24 Support zur Verfügung.